Lieber Skorpion, du hast deinen Kompass verloren und es wird Zeit, dass du ihn wieder findest. Hallo und herzlich willkommen bei Shanmacht Haru. Ich habe hier Karten auf den Tisch für Sternzeichen Skorpion. Es geht um den Zeitraum Mitte bis Ende Februar 2024. Ich habe schon ein bisschen was vorgelegt, um mir so ein großes Bild zu machen, in welche Richtung das hier geht. Es folgen dann noch weitere Karten. Ja, das ist hier eine Orakelkarte. Hier steht zur Ganzheit zurückfinden. Und ja, dieser Kompass, der strahlt hier so golden und darum geht es bei dir. Ich denke mal, im Februar startet dieser Prozess. Die Quersumme 8 steht ja auch für die große Arcana, die Kraftkarte. Es geht darum, wieder zu deiner Kraft zu finden, wieder mehr Power zu haben, sich energetisch, wow, so richtig fit zu fühlen. Und das kann man nur, wenn man auch den Fokus hat, ja, wenn man weiß, wo es lang geht, was ist das Richtige für mich, wo geht es lang eigentlich, wo will ich hin, was passt zu mir. Und ja, das ist hier so ein Prozess, der auch schon vor kurzem bei euch so aufblitzte. Und jetzt geht es so langsam in die Umsetzung, denke ich mal. Ja. Kommen wir zu der Tarotlegung. Es startet hier mit 6 der Schwerter und 9 der Kelche umgekehrt. Bei den Skorpionen ist ein Veränderungsprozess im Gange. Das hat schon früher angefangen, das ist nicht erst seit gestern, das läuft schon eine gewisse Zeit und hat einen gewissen Vorlauf der Unzufriedenheit. Es begann mit einer gewissen Unzufriedenheit in einer Situation, die eigentlich erfüllend schien. Und trotzdem hat man sich dann gestritten oder man hatte schlechte Laune oder man hatte irgendwas zu meckern, ja. Und das war aber eigentlich mehr so ein Anstoß, so ein Anschubser, um sich gedanklich in eine neue Richtung zu bewegen. Viele werden das nachvollziehen können. Manchmal werden wir dazu gezwungen, weil 9 der Kelche ist so eine Situation, wo wir uns gemütlich machen. Ach, das ist ja so schön und alles läuft jeden Tag gleich und wir sind alle happy. Alles ist irgendwie, ne, alles ist so in trockenen Tüchern und das kann so als Dauerzustand irgendwann sich ausreizen. Irgendwas hat sich hier ausgereizt bei dir, erfüllt dich nicht mehr, obwohl es von außen betrachtet hin eine schöne, idyllische Atmosphäre darstellt, ja. Es ist alles schön, es ist alles gut, aber trotzdem irgendwas, irgendwas ist da nicht mehr. Und deswegen bewegst du dich hier fort mit den Schwertern, sechster Schwerter, du bewegst dich fort und gehst in eine neue Richtung. Ich sehe hier einige Skorpione, die Schwierigkeiten damit haben könnten, weil man hier natürlich auch etwas hinter sich lassen muss, verabschieden muss und da kommt auch manchmal so schlechtes Gewissen hoch, ja. Ach, ich habe ja die Zeit nicht richtig ausgeschöpft, die schöne Zeit mit den kleinen Kindern und die schöne Zeit damals mit dem Opa, ja. Ich habe das nicht so richtig genossen und jetzt ist die Zeit vorbei. Also hier hadert man so ein bisschen, ja. Hier hadert man so ein bisschen, aber du weißt, du merkst schon, es geht so nicht mehr weiter, ja. Du brauchst hier irgendwie frischen Wind, du brauchst eine Veränderung. Jetzt als Beispiel, du hast hier 20 Jahre in der Buchhaltung gearbeitet und das war alles okay, ein nettes Team, tolles Betriebsklima, gutes Geld, aber du wolltest eigentlich immer Floristin werden oder Florist, ja. Blumen findest du toll und du fühlst dich immer sehr ausgeglichen, wenn du frische Blumen riechst und auch dieses Rapieren, das Anordnen der Farben, das hat dir immer schon Freude gemacht und das war dein größter Traum, irgendwann mal einen eigenen Blumenladen aufzumachen, ja. Und ich glaube, die Skorpione machen sich jetzt hier auf den Weg hin zu ihrer eigenen Wahrheit, hin zu ihrem eigenen Lebensweg, ja. Also da, wo sie eigentlich hingehören, weil hier macht sich schon der Ritter der Kelche auf den Weg und hier haben wir den Eremiten, Entschuldigung, das ist hier so ein bisschen versteckt, es sind einfach zu viele Karten rausgekommen, ja. Der Eremit, da hat er diese Laterne in der Hand, ja. Und da ist der Stern versteckt und der Stern steht ja für die Wunscherfüllung, für die Heilung, für die Loslösung sozusagen, für die Befreiung, für dieses ich bin so, wie ich bin, bin ich toll und was ich mache, gefällt mir und es ist mir völlig egal, was die anderen sagen, wie die anderen mich angucken, was die über mich sprechen, ich folge da einfach meinem Weg. Und dieser Eremit macht das im Stillen. Da geht es um die Stille, um dieses, ja, in die Tiefe schauen. Was passt eigentlich wirklich zu mir? Was macht mich langfristig zufrieden? Was ist meine Wunscherfüllung? Und hier haben wir schon wunderbar drei der Stäbe. Das heißt, du fängst schon an mit der Planung. Jetzt im Februar fängt das so langsam an, dass du dir hier einen neuen Plan aufstellst. Wie gesagt, wenn es ums Berufliche geht, dann, ja, denkst du dir hier neue Möglichkeiten aus. Du informierst dich über Optionen, wenn du eine Weiterbildung machen möchtest oder wenn du dich selbstständig machen möchtest. Also irgendwas leitest du hier ein. Und zum Schluss haben wir hier auch den König der Schwerter. Die Legung fängt an mit sechster Schwerter und endet mit dem König der Schwerter. Eigentlich sind ja die Skorpione die Könige und Königinnen der Kelche. Ja, die entscheiden nach dem Herz. Und ich glaube trotzdem, um diesen neuen Weg einzugehen, um dafür bereit zu sein, ist es wichtig, hier in die Rolle des Königs der Schwerter reinzuschlüpfen, weil sonst neigen die Skorpione auch zu sehr, sich emotionell zu verhaften, irgendwo stecken zu bleiben, wegen der Nostalgie, wegen der Gefühle, wegen, ja, schlechten Gewissen oder einfach, weil sie etwas, was sie sehr stark lieben, nicht loslassen möchten. Das muss nicht bedeuten, dass man hier liebgewordene Menschen loslassen, verabschieden muss. Das heißt das nicht. Das heißt einfach nur, dass man akzeptiert, dass ein gewisses Lebensmodell, ein gewisses Kapitel, ein gewisser Lebensabschnitt fertig gelebt wurde, ja, ausgekostet wurde und jetzt ist die Etappe da, um halt einen neuen Weg zu beschreiten. Und als König der Schwerter ist man da emotionell ein bisschen, ja, kühler, ja, kann sich da besser abgrenzen, um halt wirklich auch die Kraft und das Potenzial zu haben, hier dieses Neue auf die Beine zu stellen. Im Übrigen ist der Februar generell sehr stark von der Wassermann-Energie geleitet. Und Wassermann ist ja ein Quadratzeichen zu den Skorpionen und deswegen ist es sowieso ratsam, hier zumindest die zweite Monatshälfte eher damit zu verbringen, dass man Pläne macht, sich vielleicht auch ein bisschen zurückzieht und mehr im Inneren arbeitet und nicht so stark im Außen agiert. Weil Mars ist auch im Wassermann, die Sonne ist im Wassermann. Ich glaube erst, ich muss mal gucken, am 20. Februar geht die Sonne in die Fische. Ja, da wird es ein bisschen leichter, ein bisschen entspannter. Es ist aber wirklich angeraten für die Skorpione, jetzt im Februar nicht so stark nach außen aktiv zu werden, mehr die Zeit zu nutzen, um im Inneren aufzuräumen, da den Kompass wieder auszurichten. Da seid ihr erfolgreicher, da habt ihr mehr Erfolge, als wenn ihr da im Außen rumpowert und euch da anlegt. Also das würde ich sowieso nicht machen in der Wassermann-Zeit, weil ich glaube, da wird man sehr schnell ausgenockt. Die Wassermann-Zeit ist halt kommunikativ sehr stark. Das sind Leute unterwegs, die in Gesprächen sehr gut taktieren, sehr gut sich kommunizieren können. Und ja, da ist das Ellenbogenprinzip schon mal gar nicht angeraten. Oder mit Druck irgendwas durchziehen, ja. Das ist in dieser Zeit nicht so gern gesehen. So, kommen wir zu Energien, die von außen auf dich zukommen, lieber Skorpion. Ich habe hier einen Herrscher zu liegen. Ein Herrscher, das kann ein Vorgesetzter sein, auch im weiblichen Format, ja. Nur weil hier der Herrscher als Mann abgebildet ist, kann das natürlich auch für eine Frau stehen. Sehr gut möglich. Der Herrscher ist im Klassischen der Vater oder eine elterliche Person. Es könnte hier auch ein Vorgesetzter sein, ein Chef, eine Chefin, könnte aber auch im Privaten ein Mensch sein, der diese Herrscherqualitäten sehr stark nach außen bringt, hat vielleicht Widderplaneten, ja, Widderaszendenten, Widder Sonne. Der Herrscher hat so seine Regeln, seine Struktur, will gerne das Zepter an sich reißen, etwas bestimmen. Und so müsste der Herrscher auch gesehen werden in der Regel. Ich habe den Eindruck, weil hier der Ritter der Münzen hinter diesem Herrscher liegt. Dieser Herrscher hat euch lange Zeit beobachtet, hat abgewartet in Bezug auf euch, liebe Skorpione. Na, bei der Ritter der Münzen, der bleibt ja stehen und der guckt. Und bei den Münzen geht es hier um Investitionen in Langfristigkeit. Und das hat sich hier dieser Herrscher sehr gut überlegt. Will ich den Weg jetzt mit dem Skorpion gehen, möchte ich da dem Skorpion irgendwas geben, etwas anbieten, was mich auch an den Skorpion bindet, ja, weil die Münzen binden ja auch. Ich glaube, da hat dieser Mensch sehr lange abgewartet. Und hier ganz interessant, 8 der Stäbe und 7 der Schwerter umgekehrt. Hier könnte jemand euch eine Wahrheit mitteilen. Es könnte hier sogar ein Geständnis sein, ein Zugeständnis. 7 der Schwerter. Ja, 7 der Schwerter aufrecht ist halt so diese Karte, diese Energie, wo sich jemand entzieht, wo jemand versucht zu taktieren, wo die Kommunikation nicht transparent ist, ja, wo vielleicht auch kleine Spielchen gespielt werden. Und hier ist die Karte umgekehrt gekommen. Und ich habe den Eindruck, dass hier jemand in der Vergangenheit nicht so ganz ehrlich mit dir war, vielleicht auch nicht fair mit dir war. Und es ist möglich, dass nun dieser Mensch das zugibt. Ja, diese 8 der Stäbe hier umgekehrt. Ja, irgendwas hat dieser Mensch hier blockiert. Oder möchte es blockieren? Möchte etwas verhindern? Das ist mir hier noch zu ungenau. Ich muss das jetzt mal hier mit einer weiteren Reihe klären. Ein Moment. Zu viele Karten. Moment. Zwei der Schwerter. Königin der Stäbe. Ritter der Stäbe und das Gericht. Königin der Stäbe und das Gericht. Der König der Kelche umgekehrt. Moment. So, jetzt habe ich das verschoben. Ich hoffe, ihr könnt jetzt hier die meisten Karten sehr gut erkennen. Sechs der Schwerter und zwei der Schwerter. Ja, ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Also dieser Veränderungsprozess, also da gedanklich das überhaupt zuzulassen, ist vielen schwer gefallen. Oh ja, zwei der Schwerter, diese Angst. Wenn ich das tue, könnte ich ja jemanden verlieren, könnte ich jemanden verletzen, jemanden im Stich lassen. Ist das jetzt hier der richtige Weg? Ist das hier die richtige Entscheidung? Also sehr langes Hadern auch gedanklich. Wie soll ich es machen? Wann soll ich es machen? Ist das die richtige Sache? Mache ich da einen Fehler? Gibt es da einen zurück? Sehr viel Kopfkino. Neun der Kelche umgekehrt und die Königin der Stäbe. Ich habe gesagt, Neun der Kelche ist halt so diese fluffige Atmosphäre. Ja, dieses schöne, geborgene irgendwo. Die Kelche stehen ja für Geborgenheit und Liebe und Gefühl und Wärme. Sich umeinander sorgen. Sich gegenseitig unterstützen. Einfach glücklich sein. Und ja, diese Karte ist ja hier umgekehrt bei euch gekommen. Irgendwas, was früher vielleicht sehr schön war, ist es halt mittlerweile nicht mehr. Es hat sich so wie aufgebraucht. Ja. Du hast eine bestimmte Lieblingstorte. Und wenn du die dann aber 14 Tage am Stück gegessen hast, ist dann auch irgendwann genug. Irgendwann kannst du die Torte nicht mehr sehen. Ja, also hier ist auch die Königin der Stäbe. Dir fehlt hier so der Schwung. Du müsstest auch wieder mehr gesehen werden. Die Königin der Stäbe, die will Action, die will Abenteuer. Die möchte auch Fans haben. Die Königin der Stäbe, ja, braucht halt so ein bisschen auch Publikum. Will sich beweisen, will die Stolz. Die will sich zeigen, präsentieren. Die will etwas umsetzen. Das ist eine Macherfrau, ja. Und das ist so ein bisschen bei dir geweckt. Du willst irgendwas umsetzen. Irgendwo willst du aktiv sein, gesehen werden. Deine Kraft spüren, deine Energie spüren, ja. Hier auch der Ritter der Stäbe. Das ist auch so eine innerliche Aufruhr. So eine Aufregung, ja. Ich brauche hier mal ein bisschen Action, ein bisschen mehr Bewegung wieder. Ja, und hier sehr spannend, das Gericht unter diesen drei Karten. Ich habe gesagt, es fängt im Februar an. Das ist so dieser Weckruf, ja. Hier der Engel, der weckt mit der Trompete die Toten. Die Toten sind jetzt nicht physische Toten, sondern Gedanken und Lebensmodelle, Inspiration, Hobbys, irgendwas, was du schon mal in deinem Leben hattest, bewusst oder unbewusst, ja. Was du vielleicht aus dem Pflichtgefühl heraus oder aufgrund äußerer Umstände begraben musstest, taucht wieder auf. Es ploppt wieder auf, ja. Und du müsstest bitte da hinschauen, dass da sehr viel Potenzial drin ist, weil auch mit diesen drei der Stäben und mit den Eremiten kannst du hier etwas Neues schöpfen für dich. Ja, hier auf der anderen Seite geht es sehr stark hier um den Herrscher. Jetzt habe ich hier den König der Münzen und nochmals den Ritter der Münzen. Also diesen Menschen geht es hier sehr stark um Zuverlässigkeit, Langfristigkeit. Es geht darum, hier sicherzustellen, ob langfristige Pläne mit dir umsetzbar sind. Und hier in der Vergangenheit, glaube ich, sieben der Kelche umgekehrt und König der Kelche umgekehrt, hatte dieser Mensch ein Vertrauensproblem oder war einfach zu stark emotionell irgendwo anders involviert, hat sich emotionell zu irgendwas hinreißen lassen, vielleicht aufgrund schlechter Erfahrungen, konnte nicht so richtig blicken, wer du bist, was du bist, was du kannst, ja, wenn es hier ein Arbeitsverhältnis ist. Also jemand war emotionell zu stark verhaftet, hat nicht richtig klar durchgeblickt in Bezug auf dich. Und ich glaube, dass sich das nun hier wendet. Ich habe gesagt, es kommt hier sowas wie eine Offenbarung. Die Offenbarung haben wir auch hier bei dir. Ja, jemand hat sich das hier lange Zeit angeschaut und sagt jetzt, okay, ich bin bereit hier als König der Münzen, bin ich bereit hier mit dir langfristige Pläne aufzustellen. Zehn der Kelche ist auch so dieses, ja, die Brustöffnung. Ich bin happy, ich bin frei, ich öffne mich, ich zeige mich, ich möchte für dich da sein, mit dir eine schöne Zeit verbringen. Weil ich hier so viele Personenkarten sehe auf dieser Seite. Und auch hier diese sieben der Schwerter und sieben der Kelche. Ich schließe nicht aus und das betrifft hier vielleicht nur einen einzigen Skorpion, dass euch hier jemand im besagten Zeitraum die Wahrheit präsentieren wird, dass es hier noch eine weitere Option gab, eine weitere Partei. Zwischendurch. Ja, und dass dieser Mensch hier so lange Zeit sich Zeit genommen hat mit der Entscheidung, weil es hier noch weitere Optionen gab. So, und jetzt schaue ich mal, wie das hier weitergehen könnte. Zehn der Schwerter, vier der Kelche, der Nahr, der Magier und das Ass der Stäbe. Sieben der Kelche, sieben der Kelche, sieben der Schwerter, der Herrscher, und die Liebenden umgekehrt. Och Gott, man sieht ja gar nichts hier. So. So, hier haben wir zehn der Schwerter in der Zukunft. Die Zukunft ist ja relativ. Das können zwei Wochen, zwei Monate, zwei Jahre sein. Zeit ist fließend. Und es geht hier grundsätzlich um die Weiterentwicklung dieser bestehenden Situation, die sich hier zeigt. Ich sehe hier mit zehn der Schwerter, dass irgendwann dieser Zerdenkprozess, dieses hin und her schwanken, analysieren, zerdenken, irgendwann ist es vorbei. Irgendwann ist dieser Prozess vollendet, beendet. Und du hörst auf, hier zu zweifeln, ja, und hin und her zu schwanken. Also, hier der Kelche, hier, du wirst auch irgendwann loslassen. Es geht schon wieder hier um die Kelche. Etwas, was lange Zeit schön war, was Spaß gemacht hat, ja, was Liebe für dich war, kommt hier zu einem Ende. Und du stellst dann selber auch fest, das war schön, aber jetzt bin ich satt. Und nein, danke, ich brauche nicht mehr davon. Ja, ich brauche nicht mehr davon, weil du nämlich was anderes hier vorhast. Da wartet etwas Neues für dich, eine neue Herausforderung, ein neues Kapitel. Ja, das wird hier seine Zeit dauern, aber du wirst dann selber dazu kommen und dir sagen, okay, die Zeit ist vorbei. Es war mal schön, aber jetzt, danke, reicht. Also, ich brauche nicht 14 Tage am Stück Sahne-Torte, ja. Und hier sehr schön mit diesem Narren und mit dem Magier, mit dem Ast der Stäbe direkt hier unter diesem Gericht. Ja, das ist hier wirklich dieser Start in das Neue. Hier bist du noch in der Planung bei drei der Stäbe und hier kriegst du diese Chance. Da wächst diese Energie in dir, diese Power, ja, dieser Mut auch. Weil wir haben hier den Ritter der Stäbe und hier ist der Nach. Die sind ja mutig, die springen. Die springen ins Abenteuer. Die überlegen nicht so lange, bin ich da versichert oder nicht, wenn ich springe, sondern die machen es einfach. Und ja, hier mit dem Magier vollste Manifestationskraft. Der Magier ist ja sozusagen der Mediator zwischen der Welt hier, der 3D-Welt hier unten und da oben. Ja, der bringt sozusagen unsere Botschaften da nach oben und sorgt dafür, dass es hier unten wieder manifestiert werden kann. Und sehr schön hier, wirklich, also richtig magisch, würde ich sagen. Richtig magisch. Und du kriegst hier den nötigen Schwung, den nötigen Schubs, um auch den Mut aufzubringen, es zu tun. Weil Mut ist ja auch sehr wichtig, ja. Gerade, wenn man so ein neues Kapitel für sich beschreitet. Ja, hier auf der anderen Seite total spannend, muss ich sagen. Weil wir haben eigentlich eine Wiederholung dieser Karten hier nochmals. Also es wiederholt sich. Ihr seht ja, es sind ja drei verschiedene Decks. Die Karten sind gut durchgemischt. Ja, schon wieder der Herrscher hier. Schon wieder der Herrscher, der in Zukunft in alte Verhaltensmuster wieder reinrutscht. Ich sag's euch ganz direkt. Also wenn es hier bei einem um eine private Angelegenheit geht, wo jemand sagt, okay, ich hab einen Fehler gemacht, ich, du bist die Einzige, der Einzige für mich, lieber Skorpion. Ich weiß jetzt, wo es lang geht. Nein. Ja, dieser Herrscher wird auch in Zukunft wieder irgendwelche Manöver starten, wird unentschlossen sein, wird hin und her schwanken, ausweichen. Ja, weil hier die Liebenden, ja, aufrecht ist es ja wirklich so eine Lebensentscheidung. Ich entscheide mich für dich, ich entscheide mich für uns, ich entscheide mich für dieses und jenes Leben. Das ist so diese Entscheidung aus vollem Herzen. Und hier ist es umgekehrt gekommen. Nein, dieser Mensch weiß nicht, was er will. Ich sag's euch ganz direkt. Ja. Eiert hin und her. Und hier ist zwar zwischendurch eine Phase, wo dieser Mensch dann versucht, eine Kommunikation herzustellen, wo auch etwas offenbart wird, ehrliche Worte fallen könnten. Und dann geht's hier wieder zurück. Zurück in alte Gefilde, zurück in alte Muster. Ja. Ich meine, ein Herrscher ist ja auch unverrückbar, sag ich immer. Der Herrscher, wieder Energie, das ist so die Neigung, immer wieder das Gleiche zu tun, ohne die Erleuchtung zu bekommen. Hey, ich wiederhole ja die ganze Zeit das Ganze und merke gar nicht, dass ich damit alles blockiere, dass ich damit gar nicht weiterkomme. Also hier ist so eine Wiederholungstäter-Tendenz. Hm. Ich glaube, es ist ganz gut, lieber Skorpion, wenn du dich hier wirklich nur auf dich konzentrierst. Du hast hier auf jeden Fall sehr viel Input, unglaublich viel Power und Mut, für dich was ganz Großes aufzustellen. Guck da auf dich, was du umsetzen kannst. Februar ist noch nicht die Zeit, um da die Zelte aufzuschlagen, aber man kann schon mal in die Planung gehen. Ja, also hier kommt was ganz Großes für dich in Zukunft. Ja, dann beende ich mal hier die Legung an dieser Stelle. Es ist auch nur eine Zwei-Wochen-Legung. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Februar, einen wunderschönen Restfebruar, ja, weil das ist ja hier jetzt für die zweite Monatshälfte gedacht. Und alles Gute, vielleicht bis bald wieder. Ciao, ciao.